aber von Anfang an ist neidbar. Und denkst du echt, wenn der Traitor belegt hat, dass man einfach so viele töten kann? Das würde ich jetzt mal sowieso. Hey, danke für die Dieke. Jetzt darf ich auch nicht mitspielen. So, ich kenne mich auf der Map mal 0 aus. Weil wenn du Mario 64 gespielt hast, dann kenne ich dich voll krass aus. Weil ich habe eine Frage, nachdem ich Super Mario 64 nie gespielt habe. Ja, dann kenne ich dich natürlich Bombo aus. Dann ist diese Map halt wirklich der reinste Hammer für mich. Jetzt kommt Mr. Bombo, mich direkt neben mir. Also könnte ich mich in Sektiv. Ja, okay, dann vielleicht bringst du mich ja trotzdem, weil du denkst, ich bin bei André. Oh, mein Gott, André schießt auf mich. André schießt auf mich. Oh, okay. Warte mal, Christian, Christian, warte mal. Ich mach mal deine Waffe ab. Aber ich mag meine Shotgun. Ach. Oh, ich hab' ne Shotgun. WTF? Davio, als Torx schießen in der Hoffnung, dass das Freddy ist. Ah, tauschen wir. Äh, ich weiß nicht, ob ich mit ihr tauschen will. André, witz ab. Wärter. Oh, nein, halt nicht. Ist das die Silence AWP? Okay. André, hör auf, die Taste zu drücken. Ich komm' hier nicht durch. Ich bin hier drin, Faber. Sandwolf. Ist der Heck neben mir? Ja, hallo, wie geht's so? Hallo erstmal, ich weiß gar nicht, ob das wusstest, aber ich bin inno. Naja, nee. Wollte mich immer nicht zu sehen. Hallo erstmal. Ich weiß gar nicht, ob ich wusste. Aber... André ist wieder bei mir. Ich bin... ...innusent. Und da hier so voll in oder und... ...weil da... ...abw. ...in ist so viel, ich auf jeden Fall... ...nicht das jemand glaubt, dass du Trader bist, André. Nicht, dass jemand glaubt, dass du Trader bist, nur weil du Science AWP hast. Ah... Wer und wohl. Kann man auch in die Bilderreinsprägt? Nee, ich bin... Nein, ich bin... Du schwimmst bei mir noch. Nee, ich bin... ...töö. Oh, man nicht. Nehmt das bitte nicht persönlich zu euren eigenen Wohl. Ha... Tschüss, Mann. Die macht den Scheiß, Mann. Das macht keinen Spaß. Na gut, na gut, ist ja gut, aber bitte, er schießt mich nicht. André ist vor mir weggegangen. Ach, nur wenn ich Trader wäre. Warum? Wenn ich dir jetzt nicht hinterher bin, weißt du ja, dass ich inno bin. Oder du willst denken, dass andere Leute... Ja, super, das kannst du jetzt immer sagen. Ich kann alles behaupten, ich bin inno. Und alle anderen, die nicht inno sind sind, sind Traitor. Oh, das ist natürlich da. Natürlich, jeder, der nicht inno ist, Traitor, nachdem er bloß zwei Traitor haben bei sechs Spielern. Das ist egal. Ja, aber vor allen Dingen, jeder, der nicht inno ist, ist Traitor. Das heißt, wenn es der Detektiv ist, ist auch Traitor, Heidi. Du musst Traitor sein. Genau, weil du bist ja kein inno. Ja. Ey, ich finde die keinen Shotgun-Money. Ich habe auch nicht. Das ist ziemlich fies. Ich weiß doch. Ich weiß doch. Ach du, es wird so viele Leute dann umbringen. Tim, was hast du für eine Waffe? Hey, ich habe meine Stiegel gefunden. Toll. Hey, du hast doch eine Shotgun. Ja, ich habe eine Shotgun. Ich meine jetzt ja auch Dings. Ja, aber was bringt mir eine Shotgun mit Teilharmonie? Fluor D. Ja. Und Tim? Ja. Das hier ist aber keiner von Stiegel. Noll. Geh mal bitte durch. Ja, wenn nicht. Aber ich habe festgesteckt. Sorry. Die Tür. Die Tür ist grauend. Ich komme auf diese Map überhaupt nicht klar. Das ist mein Problem. Okay, wer steht da? Good luck. Komm mit. Guck mal, Peng. Peng. Töte Tim. Hey, ich sehe Vario. Warum? Du hast mir 8 Schaden gemacht. Mord, Mord, Mord. Ich habe Vario erschossen. Warum? Weil er verdient hat. Du hast mir Schaden gemacht. Nein, ich verstehe gerade nicht. Warum du nicht tot bist. Weil du mir nicht genug schaden hast. Ich habe mit einer Silenced-AVP auf dich geschossen. Haha. Achso. Umgelaufen für dich, würde ich sagen. Werden jetzt umgebracht? Ähm, ich habe Detective Shield aktiviert gehabt. Achso, okay. Du bist Detective. Gut. Das macht natürlich Sinn. Was ist denn das für eine Crew? Nun, dann ist es entweder Bluebird oder Sunwolf. Hm. Ich finde, ich... Ihr gerade quer durch die Map weißt. Okay, Christian ist am Abschluss reingegeben. Was? Wieso? Das habe ich getan. Dein Satz hat mich irgendwie zum Nachdenken gebracht, dass du Traitor sein könntest. Aber vielleicht bist du Traitor. Ja. Er ist Detective, Mann. Das war ja mal gar nicht unauffällig. Was weiß ich, Mann. Ich bin der Traitor. Nein. André, du darfst ihn nicht töten. Warum? Weil ich das nicht möchte. Ich tue trotzdem. Wenn hier jemand durch die Tür stürmt, dann weiß ich genau, dass der Radar hat. Und dann kann ich ihn in den Kopf schießen. Ich habe auch einen Radar. Ja, aber vielleicht geht er auch zufällig. Ich tecke dir mal auch Radar. Ich tecke dir mal auch Radar. Ich tecke dir mal auch Radar. Mike, der war doch nicht draußen. Hä? Der war doch nicht draußen. Du wärst da? Du weißt doch nicht. Da oben kommt er. Hubert, töte Sanurif. Oh, das ist aber viel Kraft, du. Dead Aim! Dead Aim! Jemand ist tot! Oh, oh. Oh, okay, du bist es nur. Okay, okay. Alles ist gut. Geh raus. Und guck nach den Leichen. Das geht nicht so einfach. Okay, wo sind die Leichen? Oh, geht also. Da ist Glover D und... Da ist jemand. Bluebird war es gewesen. Okay, dann komm hier. Wo bist du? Hier, hier bin ich, hier bin ich. Okay, roter. Und hörte denjenigen, der hier drin ist. Aber... Hier ist niemand drin. Was steht? Fuck, jetzt. Hier ist echt, dass Christian Twitter ist. Also, die habe ich jetzt nicht so... Nee, habe ich eigentlich nicht erwartet. Weil als Twitter bleibt es nicht in der Ecke stehen. Ich habe in der scheiß Map rumgeiert. Ich habe erstmal geschaut, wo ich überhaupt bin und wie ich wohin komme. Oh, ich habe eine Silence AWP. Das wäre so schön gewesen. Hätte ich einfach mal... Ich habe André mit einer Silence AWP weggeschossen. Und dann wollte ich ihn wegschießen. Dann habe ich gedrückt und nichts ist passiert. Äh, mich hast du gar nicht weggeschossen. Doch. Ah, nicht dich. Äh, ich meinte... Wer war das denn? Moment, ich. Du hast mich abgesnipert. Irgendjemand... Irgendjemand... Wo er auf jeden Fall degradiert ist. Oh, ich brauche das mal eine Waffe. Da ist eine Waffe. Irgendjemand, wo er auf jeden Fall dick entjungfert. Du zum Beispiel nicht. Vom Hecker bin ich eigentlich dauernd. Boah, das ist schlimm. Jetzt warum habe ich Schaden? Ich habe die Map. Die ist immer richtig scheiße. Ich finde sie aber auch nicht toll, muss ich ehrlich sagen. Wir wünschen hier kaum Waffen. Die ist gewöhnungsbedürftig. Aber deswegen auch. Kannst du dir das Detektiv verklären? Vor allem komme ich hier auf dieser Map einfach nicht klar. Was ist denn das Detektiv? Was ist denn das Detektiv? Oh, ne! Oh. Was mit dem Gras, ne? Oh, cool. Ich bin Detektiv. Hallo. GluHD. Ist ein alter Mario. Stirb Mario. Stirb Mario. Stirb. Mario stirb nicht. Mario stirb nicht. Nein! Oh mein Gott! Was zu mir hast du da gerade getan? Oh, er war Traitor. Okay. Das war aus Versehen. Er war Traitor. Ist schon gut. Keine Sorge. Oh mein Gott. Sorry. Ey, egal. Leute, wir können mich hier lassen den Gras befreien. Ich hänge jetzt raus aus dem Gras rum. Wir müssen jetzt festgebackt. Ja, ich will. Warte, ich helfe dir. Bitte töte mich, Christian. Nein, danke. Bist du Detektiv? Töte mich irgendjemand. Ja, das war voll scheiße. Ich hab voll schlechte Gewissen jetzt. Ja, scheiß drauf. Hat funktioniert. Gute Arbeit, Detektiv. Danke sehr, danke sehr. Ey, kannst du mir kurz helfen? Ja, logisch. Warte, ich muss gerne nächste Runde töten. Warte, mach nochmal. Ja, warte, ich muss erst warten, bis es wieder geht. Achso. Ja, gut. Vorne warten, bitte. So, ein Traitor haben wir noch, oder? Pass das bitte. Kannst du mich bitte vorbeirassen? Warum hast du das Fenster zu? Hängst du wieder? Ja, vielleicht weil er Traitor ist. Wer ist denn da oben? Äh, Tim und... Hallo! Ich werde es tun. Ich werde es tun, Leute. Einer von uns ist Traitor. Ich war's gerade eben. Ich werde es tun. Heilige Scheiße, das sind ja... Er war nicht Traitor. Alter! Da ist jemand gerade am Schließen. Das ist nicht so toll. Warte, ich könnte den Teleport hier oben benutzen. Er lebt ja auch doch. Oh! So. Ah shit, das ist nicht so toll. Das ist nicht so toll. Gar nicht gut. Und hast du A reloaded. Mist, bum bum oder Bluebird, das ist... Bluebird wahrscheinlich, aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Ja, ich glaube auch. Oder du bist es natürlich. Hm. 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 Ich glaube, da ist jemand draußen, aber... Aber doch nicht. No, no, okay, denn. Hm. 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 Scheiße. Oh Mann. Wenn der Schrot kennt das Meist, das kann du eh. Warum... Vor allen Dingen... Warum identifizierst du uns alle? Was ist mit dir? Naja, juckt mich nicht. Und vor allen Dingen, Christian fragt er noch. Ich glaube, dann könnte es Bluebird sein. Der Traitor umgebracht hat, vor allen Dingen. Ja, der Traitor umgebracht hat, der sich selbst umgebracht hat. Ja. Das wollte Gerechtigkeit. Hm. Aber das war echt aus dem... Genau dieser eine Diegelschuss, den ich aus und abgesetzt habe, ging genau in den Kopf. Naja. Ich häng jetzt schon fest. Äh, Leute, hier ist ein pädophiler Kremster bei mir. Also falls irgendwas passiert, mach ich aber was. Häng dir fest? Ne, mir geht's gut. Ey, ich häng hier fest. Wirklich jetzt. Ey, duck und lauf dabei. Das geht bei mir auf dem Gras auch. Kann ich nicht. Hast du auf dem Gras? Schlecken geblieben? Ich stehe nicht auf dem Gras, nein. Okay. Hey, wo bist du stecken? Ich bin in seinem Raum. Ja, dann häng dir mal selber. Ich mag es nicht, wenn du... Okay, ich bin detektiv. Ich kann mich nicht bewegen. Mal bitte vor. Geh vor. Geh vor. Geh vor. Ja, ich hab dich hier auch gerade vorbei. Ja, das ist so ein Schiff. Okay, dann weiß ich welches. Geh mal auf dem Weg. Ich hab dir auch gerade vorbei. Geh weg. Geh weg. Geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg. Geh weg. Geh das Riesen-Error-Peiter. Ich hab' zu mir gucken. Nicht zu mir gucken. Damit ich dabei vorbei. O-Key, du brauchst Hilfe. Warte mal, ich versuch dich direkt. er jetzt hast du auch gehen jetzt auch nicht erlacht wenn wir hatten aber dort kräftet werden das geht in der schlager zu müssen wenn ich unter dich gehe ich sagte springen ein ich kann mich aber nicht in den selben raum reinlaufen waren als er mich an zugefügt danke aber ich soll jetzt auf den gehen wo du willst kann sich nicht mal schubsen ich hab's schon versucht ich bin mal jetzt ich gehe erweckt erweckt er war was noch kurz was sagt der daher hat er ihr werdet wurde gerade getestet ja ich bin er noch ich habe gerade blumen an den getestet war dann nicht weggehen wollte ich hab ihm gesagt und geht es jetzt tot oder will ich das gut nehmen wir mich selbst nicht trinkt die kreise aus ich hatte das nicht geschoben wirklich ich verstehe sowieso nicht warum du tot bis ich dachte der taser der abacht machen wir noch weiter und habe ich auch erst gedacht aber ich glaube ich habe den falschen erwischt ja ich glaube auch weil ich habe mich einfach gerade weggeteilt hat ich schweiß wenn man er hat also ich kann alles machen ich bin ja okay dann wird mich einfach er ist er tötet mich jetzt ist er ist unbedingt deswegen und seitdem auch wenn ich nicht vertreten geschickt hält und ein gestecktes ist ja okay für den Augenblick jetzt gesteckt kann ich nicht sagt wo ihr seid ja warte dann hol ihn mal hierher ich kann ja nicht abholen sagt doch einfach wo ich seit mein Gott ich gehe habe ich doch schon vorhin in so einem Raum mit vielen Fällen hauptrauben hauptraube okay wir sind die die Erdgeschoss okay im m okay hier als er kann der Karte von ihr lachen ich bin 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 und jetzt darfst du ihn umbringen wirklich bei noch mal die Schotterleiste eckig kannst du dir wirklich versuchen irgendjemandem irgendwie Ticket weiter rauf zu ziehen oder so ja ok das ist mein Detektiv-Eitem und jetzt analysieren er war unschuldig aua 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 Hilfe Der Detektor ist ein Verrückter! Tim, wie fühlt es sich an? Ich möchte jetzt einfach nur fragen, warum du ihn getötet hast. Weil ich davon ausging, dass er einer der einzigen Überlebenden ist. Herzlichen Glückwunsch! Jetzt hast du zwei Trader auf deinem Hals. Seine Shotgun hat wenigstens noch Munition. Was ne Scheißrunde, ey. Ich steck einfach fest. Tut mir echt leid, Chris. Dir würde es nicht wirklich leid tun. Jetzt könnte ich schon so ne Traumstampferin gebrauchen, ne? Einfach mal, das muss so schön, ne? Ey, wie cool ist das denn? Das tut weh! Aus! 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 Ich war gerade mit dem Taser auf dich schießen! Und du rennst mir genau vor die Fresse! Tut mir leid! Ich habe... Ey, wir waren so... Scheiße! Und Mike kam nicht weg, weil er zu retter stand und dann hat sie die ganze Zeit angeballert und er muss einfach da drinnen bleiben. Und ich kann es auch nicht mehr entfernen. Wenn man es einmal geplant ist, dann wäre man... Ja klar! Ja! Das war so scheiße! Und dann wollte ich gerade mal schreiben und dann töte ich mich, Tim! Super! Das war ja ganz toll! Richtig gerne, Runde! Wir kamen nicht mehr weg! André, was hast du für ne Waffe? Ich kam einfach in diesem Raum raus, so ein Ding! Jetzt bin ich wieder hier! Ach, dann nehme ich die Sniper lieber! Die hat mehr Money! André! Ja, Christian! Achso! Du bist denn André hingeladen? Im linken Rand! Nein, nein, nein! Du musst du nicht, weil es ist auch mit dem Sittenloch! Scheiße! Was ist denn hier alle? Hi! Äh, Mike! Achso, so! Es geht schon wieder los! Ach, du bist Detective! Alles klar! Oh, warte! Ich will nicht hier... Ah, dann nehme ich die auch! Ja! Äh... Vor allen Dingen, ich habe einfach eure komplette Arbeit gemacht! Mann, ey! Ja, verstehe! Ja, ich konnte gar nichts tun! Mein netter Kollege hat mich ja festgehalten! Oh, Mann, ey! Das war wieder so... Tim, dein Karma ist übrigens sehr sexy! Wie viel kann er denn? Kann man das einlesen auf Tab, oder? Ja! Ähm, ja! Hahaha! Alter Falter! Wo bin ich denn jetzt? Dennis, warum hast du Schaden? Ich bin, äh... Grenz doch! Warte dahinten! Hinter dir, da ist ja auch so ein Portal! Da bin ich durchgehangen und dann landet man auf dem Portal... äh, auf dem Dach! Hm! Voll! Kommt dir raus! Alles klar, gut zu wissen! Ich hab Schüsse gemacht! Was? Man kann nur 20 Munition mit der Snipern, das ist ja scheiße! Ach, scheiße! Ich muss dir aufpassen! Ich hab meine Schotgele, das war die einzige Waffe, das ist die Scheiße! Hm! Wer ist Detective? Ich! Ich! Ich bin bei Christian! Christian! Alter! Alter! André! Guck mal, ich bin ein Vampir, Christian! Ach, wenn du festpackst! Ey, du hast gar kein Spiegelbild! Siehst, ich bin ein Vampir! Du auch nicht! Wir sind beide Vampire! Kommt man das vielleicht durch den Spiegel irgendwie durch? Schiegt sich mal da raus! Keine Ahnung! Warte! Hör, jetzt mach ich wirklich durch! Scheiße! Ich bin dir vorher nie festgebacken! Scheiße! Wo denn? Draußen! Sagst du sogar noch! Weiß und dann... Buckst du einfach fest! Aber siehst du, ich bin innerweil! Ich hätte dich jetzt einfach erschießen können und keiner hat's gemerkt, weiß! Ja! Du bist jetzt neue Hilfstelle! Eben! Im Gegensatz zu Christian kannst du dir auswählen, ohne dass wir dich danach umbringen wollen! Okay! Nee! Das ist ja unfair! Das ist ja langweilig! Warum bist du verletzt? Bleib stehen, bleib stehen! Warum bist du gehört? Ich bin... Warte! Lass mich mal durch! Da hinten, das Portal! Da! Okay! Da bin ich reingegangen und dann bin ich auf dem Dach gelandet! Oh, okay! Ich kenn die Portale hier nicht so! Ich... ich kenn das auch nicht, deshalb! Jaja, ich kenn die Map nicht! Also ich verlaufe mich hier auch permanent! Aua! Die Tür hat mich grad geschlagen! Du möchtest du meine Waffe haben? Ich glaub, ich hab' keine Waffe haben! Ja, ich eh... Ja, ich eh... Ja, ich hab' keine Moni für! Ich bin grad am Munitionenladen bei der Stadtgang! Wenn ich wär' konfirmt, ne! Ich war, warte, wer lebt denn noch? Christian lebt denn noch? Ja, ich lebe noch! Ja, ich lebe noch! Tim lebst du noch? Ja, ich lebe noch! Tim lebst du noch? Tim lebt nicht mehr! Ich hab' gerade noch ein Jahr gesagt, Mann! Was ist denn mit mir? Christian war bei mir! Christian war bei mir! Warte nicht aufheben! Ich bin E Ich bin E bin E bin E Und damit ist es zu sagen Es hat Angst es ist aber ein hängen Wiewende Ich kein Beispiel! 8 also wieder auch nicht gleich der Wettbewerb wird hier okay aber mein Gott der Einstieg noch gar nicht immer noch ein Fuss von Muniz war alter alter okay die ein paar Biberninkern war er ist ein und die Meta zu ihr ist bei mir Prozent in dem Schluss soll er seit einer Einer um die Armein keiner macht so richtig action Ja, ich sollte meine Scheiß-Shotgun-Muni nicht so verballern. Ja, das wäre nicht so blau. Ich habe fast volle Shotgun-Munition. Ich habe euch gesehen. Ich will auch zu Atem. An sich würdet ihr mich ja mega nervös machen, wenn ihr mir so die ganze Zeit hinterher... Ich habe das Gefühl, weil ich gesagt habe, dass ich volle Shotgun-Munition... Ja, und wenn ich dich jetzt mal unterfällig entfernen würde, wie... Nein, wenn du mich jetzt töten... Ich meine, das würde dich ja nicht lämpfen. Ähm, aber wenn du mich jetzt töten willst... Oh, du verlierst jetzt Leben auf jeden Fall. Alter! Dadurch habe ich Leben verloren. Du musst jetzt... Guck mal, geh jetzt mal links, geh links... Jetzt sind wir wieder alle bei da, oder? Das ist wieder ganz gut. Das Portal ist im Abschluss freigegeben. Alle? Ist im Abschluss freigegeben? Das Portal. Nur Tim ist nicht in der Gruppe. Warum ist Tim nicht in der Gruppe? Tim ist nicht da, ja, und ich werde gerade hyper-nervös. Oh ja, das ist die Kontraventes. Hä? An einer bestimmten Ecke. Es ist Christian, es ist Christian. Aua, Aua. Du dort oben! Warum bist du immer im Snipern? Ich verstehe es nicht. Ach so, weil ich zufällig Detective bin. Sorry, habe ich dich nicht erwähnt, glaube ich. Christian? Christian ist es. Also, der Katsuya. Der hat gerade alle um uns war. Ich habe es gesehen. Und ich bin Detective, das reicht schon. Jetzt mache ich mit der Powerwaffe. Dann mache ich alles gleich gut. Ja, warte mal, dann sind Christian und Tim es. Ja, was war? Ja, was? Er ist noch am Leben, was? Dennis, als ob ich es wäre, weißt du? Oh, Eistorex ist noch da. Ja, ich lebe noch. Ich bin mein voller Wehr. Ja. Ja. Ja, hör diesen Track und... Okay. Du 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 du. Beilt euch mal. Es ist als wäre die Paz immer so lang. Ja, ich würde ja zu ihm gehen, aber ich finde ihn nicht. Mann. Ich hocke hier in einer Different World. Ich mache das Garten. Jetzt ist im Garten. Komm her, jetzt ist ich glaube ich im Garten. Oh, da 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 Das ist ja nicht so mein Dressen. pasche Monk Sch salmon king ambul guy Wie einfach Tim gar nichts macht jaś ich glaube was talks mit der Videoklasie du da alle das war und er hat doch funktioniert so auch noch nicht und du hast nur so wenig Kamerflohn Prozent Christian war doch Träger das Jahr 2 auch das hat die andere Welt auch Papa Achtung hat hier wie behindert bist du denn Prozent der Wachtel in uns nur für mich schon ein bisschen durfte er hat schon er hat noch nicht leben ist er wird es auch spät vorhanden müssen jetzt auch sagen er ist am heilzeit es ist auch so es ist eine halbe Stunde drüber her in der Schandt über neun Uhr einmal in der Nacht und das ist schon so ein paar Wagen in der Nacht und länger er ist der Netz der Wochenende welcher Urlaub ist immer noch mal gesagt auch immer Hallo Stan Wulfs Hallo Was ist denn hier schönes? Ach du Möchte jemand tauschen? Wahrscheinlich Inno Was willst du denn für eine Wache? Ich mein's nur so Rollen Rollen tauschen So Inno oder Traitor gegen Ich bin jetzt Stanis von Türke und mach den Butterfly alles kaputt und mach den Butterfly alles kaputt Ach irgendwie hab ich keinen Bock auf die Runde Bleib mal bitte alle stehen Mike welchen Kampf fandest du am epischen bei Shame King? Boah gute Frage Richtig geil war der von Joe gegen Renn Komm mal mit Ja ich komm mal mit Nein ich soll ja mitkommen Achso Türke ihn Warte nein Türke ihn nicht Au Au Ich hab doch einmal kurz geschossen Ich mein das wird doch wohl erlaubt sein oder? Ich mein jetzt habt ihr mir so viele Schaden gemacht Halt die Schnauze Verpiss dich Tim Ja ok Ok Tim Alles cool LoaD Twitter Tim Das ist unfair Identifizieren Alter Du hast du schon wieder hier Wir treffen uns doch oft Ich weiß auch nicht gerade Ja komische Sache hier Komische Sache Ich trau dir Äh Okay Halt mich zuvor 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 Hier sind kaum Quaterfallen also Lauf vor Ohne dich umzudrehen Das muss man kurz nachladen Äh äh Du könntest ja noch Inno sein Alter Oh ich seh hier grad ganz viele Leichen Heistorex ist tot Ich glaube ich weiß wo Christian ist Soberte tot Okay dann komm Dann gehen wir wieder zurück Ja aber diese Die haste ich habe ja sowieso eigentlich identifiziert Ja LoaD könnte es möglicherweise sein Also das wäre ja Das könnte sein das stimmt Oh warte Sunwolf und GloaD sind das Warum sollte ich es sein Warum Ich hab die Befehle des Detektives nur befreuen Aua Aua da kommen sie Da kommen sie Identifizieren Christian Identifizieren Er hat Deadringer Er hat Deadringer benutzt Identifizieren Ja der ist Deadringer Er hat ein Deadringer Er hat ein Deadringer okay Okay Der war halt Ich hab von dort Ja hast du dann Guck die ganze Zeit aus Ich seh ihn gerade Ich seh ihn gerade Natürlich Boah der Detektiv ist voll scheiße Warum Ich hab doch alles gemacht Ich war auf jeden Fall purer Inno Hast du ganz die Nachricht gerade gelesen Welche Nachricht Das ist Innova Das ist Innova Krass Krass Hm Hm Sunwolf wo bist du? Ich weiß es selber nicht Aus dem Sinne Ich bin nämlich als bösen Traitor verdächtigst was gar nicht sein können Mann ich verdächtige dich nicht Genau Aus uns lebt da keiner mehr Also musst du der Traitor sein Ah ok Ja du hast recht Jetzt macht es natürlich Sinn ne Ja Du würdest das Radar nehme ich an Die schmutzige Wahrheit kommt ans Licht Fuck Oh scheiße Das war voll geschockt man Wie viel hattest du noch? Äh 33 Aura Moonbase Das war voll erschrocken als ich dich da sah und sagte so scheiße drück einfach ab Ich fand das mit Christian irgendwie lustig Ja 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 Ja